Mit der Optik eines klassischen Fahrrades, aber mit der Ausstattung eines top-modernen E-Bikes kommt das neue Ries & Müller Roadster 2018. Auch das Modell Roadster von Ries & Müller wurde für die Fahrradsaison 2018 komplett überarbeitet. Wir finden hier in einem klassischen Design mit frischer, toller Farbe modernste Elektronik fürs E-Bike. Neben dem neuen Active Line Plus Motor, der ein völlig neues Fahrgefühl vermittelt, haben wir auf diesem Roadster Urban auch die elektronisch schaltende DI2 Alphine Schaltung. Die elektronische Schaltung funktioniert über elektrische Impulse anstelle von mechanischen Bautenzügen. Der gewählte Gang wird im Bosch Display angezeigt. Die Gangwechsel erfolgen schnell und einfach und in Kombination mit dem neuen Bosch Active Line Plus Antrieb erhält man ein neues Gefühl der Leichtigkeit. Der Active Line Plus Antrieb kommt mit mehr Drehmoment, nämlich 50 Nm, und ist deutlich leiser als sein Vorgänger. Bei Fahrt mit ausgeschaltetem Motor ist er zudem kaum zu spüren. Auch das schnelle Fahren über die Abriegelungsgrenze hinaus wird deutlich erleichtert. Die Lichtanlage stammt von Busch und Müller und garantiert großzügige Straßenausleuchtung. Mit der Magura MT4 ist eine leistungsstarke hydraulische Scheibenbremsanlage an Bord. Mit besonders geringem Rollwiderstand sorgen die schmalen Schwalbe G1 Reifen für ein flottes und agiles Fahrverhalten. Der kurze Vorbau unterstützt das sportliche Feeling. Das Abus Shield Fahrradschloss ist gleichschließend mit dem Akkuschloss. Am Vorderrad kommt eine Santur NCX Federgabel zum Einsatz. Weiteren Komfort bringt die gefederte Sattelstütze. Das Roadster kann mit einem praktischen Hinterradgepäckträger, der mit den gängigsten Packtaschen kompatibel ist, aufgerüstet werden. Auch für vorne gibt es einen optionalen, formschönen Gepäckträger. Ebenso gegen Aufpreis erhältlich ist das Bosch Neon Display mit zahlreichen Fitness- und Navigationsfunktionen. Die Roadster Modellreihe startet mit dem Touring um 2.959 Euro mit Shimano Deore 10-Gang-Kettenschaltung und Bosch 400 Wattstunden Akku. Es folgt das Roadster City um 3.059 Euro mit Shimano Nexus 8-Gang-Nabenschaltung und Bosch 400 Wattstunden Akku. Um 3.779 Euro gibt es das Roadster Urban mit der elektronischen Shimano Alphine Di2 11-Gang-Nabenschaltung, Riemenantrieb und Bosch 500 Wattstunden Akku. Ebenfalls 3.779 Euro kostet die 45 kmh S-Pedelec-Version mit Shimano Deore 10-Gang-Kettenschaltung und Bosch Performance Speedmotor. Und wer ein tiefer angebrachtes Oberrohr möchte, nimmt das Roadster Mixty, das ansonsten ausstattungs- und preisgleich zum Roadster angeboten wird. In der nächsten Regards covert S-Pedelec Ayropstunde Akku-Kelläy und Bosch 200 Wattstunden Akku. Und wer ein tiefer ange dabei, nimmt das Art der Angelegenheit angeboten wird. Untertitelung des ZDF, 2020